Hey, ich bin's wieder Silas und ich erzähle euch heute, wie ihr euch beim Bewerbungsgespräch kleiden und vor allem verhalten sollt. Fangen wir an mit dem Outfit. Was bei uns Jungs natürlich immer geht, ist ein schlichter schwarzer Anzug, die dazu passenden Schuhe und natürlich ein weißes Hemd. Bei euch Mädchen ist es natürlich genauso einfach. Ihr zieht folgendes an. Eine schwarze Hose, eine Bluse, eine Blazer und schicke Schuhe. Gar kein Problem, wir Jungs, wir können einfach ein Hemd und dazu eine Chino oder auch eine schlichte schwarze Jeans anziehen. Denkt einfach dran, wir sind immer noch eine Bank und ihr solltet euch trotzdem noch schick kleiden. Und ihr Mädchen könnt beispielsweise einfach den Blazer weglassen. Achtet einfach darauf, nicht zu viel Schmuck zu tragen. Beispielsweise zu viele Ketten um den Hals. Was jedoch in Ordnung ist, ist natürlich eine Uhr am Handgelenk. Natürlich ist es nicht schlimm, wenn ihr Tattoos habt. Achtet einfach darauf, dass sie verdeckt sind. Bei Piercings ist es ähnlich. Ohrringe sind natürlich in Ordnung. Gesichtspiercings solltet ihr rausnehmen. Ah, noch zum Thema Make-up. Tragt ein dezentes Make-up und nicht so einen knalligen Lippenstift. Tragt einлиcepelt. Traktion viel Schmuck. Tragt einlich, gefährlich! They ist immer noch ein bisschen Schmuck! Txico zerst something will Hawker! Dosen 700 inЭnt. Jetzt habe ich euch noch ein paar Tipps mitgebracht, die ihr vor eurem Bewerbungsgespräch wissen sollt. Ganz klar, seid natürlich pünktlich, denn lieber 10 Minuten früher als 10 Minuten zu spät. Seid selbstbewusst, offen und freundlich, denn so habt ihr gute Voraussetzungen als Banker. Seid gut vorbereitet, informiert euch, wer wir sind und was wir machen. Achtet auf eure Körpersprache. Fuchtelt nicht mit euren Händen wild in der Gegend rum, aber seid auch nicht zu ängstlich. Achtet darauf, was ihr von euch preisgebt. Uns interessiert nicht, wie ihr letztes Wochenende saufen wart oder in der Shisha war. Allerdings solltet ihr auch offen und ehrlich sein. Und zum Schluss noch, seid interessiert. Stellt Fragen, wie beispielsweise, wie viel verdiene ich denn, wo ist die Berufsschule oder wie viel Urlaub habe ich. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Viel Erfolg bei deinem Bewerbungsgespräch.